Was geht ab Leute? Sehen wir es wieder da mit einer neuen Folge. Let's play Alien Nation. So, schauen wir uns mal die nächste Mission an. Prüpyat Ukraine. Das Kernkraftwerk W.I. Lenin in Tschernobyl, Ukraine wurde 1977 vorgeblich zum Zweck der Energieerzeugung in Dienste gestellt. In Wahrheit jedoch diente es der Erforschung und Herstellung des erst kürzlich entdeckten roten Quecksilvers. Eines unglaublich starken Kernspaltungskatalysators. In der benachbarten Stadt Prüpyat wurden ein UN-UNX-Basis und ein Project Trista Array mit dem Codenamen Roter Sterne errichtet. Im Jahr 1986, als die Einrichtung unter dem Kommando von Oleg Novikov stand, wurde die Produktionseinrichtung für rotes Quecksilber aufgrund seiner unerklärlichen Sicherheitslücke von einem Xenusangriff überrannt. Der Vorfall wurde als Kernschmelze getarnt und das Gebiet evakuiert und zur ersten Alienzone erklärt. Das Nordlicht hat mit dem zweiten Trista-Orten namens Roter Stern Kontakt aufgenommen. Diese Mission findet in der Nähe des Kraftwerks Chernobyl in Prüpyat statt und führt sie tief ins Feingebiet und ins Herz der europäischen Alienzone hinein. Ihr erstes Ziel ist, einen Perimeter um die Landezonen herum zu sichern, als Startpunkt für weitere Missionen. So, ähm, ja, machen wir mal hier. Steigender Multiplikator. Das Sammeln von Erfahrungen erhöht ihren Multiplikator, der nur zurückgesetzt wird. Na, jetzt gucken wir mal, ob wir die Mission gut hinkriegen. Wenn ja, dann machen wir es vielleicht mal auf einem Schwierigkeitsgrad höher. Schauen wir mal. Oder ist es erst für höhere Level gedacht? Ich weiß es nicht. Wir spielen jetzt einfach mal so, erstmal weiter. Na, gucken wir mal. Juhuuu. So, ich bin schon wieder ein paar Tage her, seit ich gespielt habe. Schauen wir mal, wie es geht nochmal. Ähm, bäbäbäbäbäbäbä. Ich schieße mal hier. Nachladen wir hier. Sprünge. Ah. Düm, 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 düm. Hier oben ist was. Kann ich zuhüten? War ja klar, dass ich da nicht drüber komme. Ah, komm schon. Meins. Oh, oh, oh. Düm, 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 düm. Ah, der Nahkampfunggriff. So, jetzt könnte ich auch mittlerweile hier diese Fähigkeit... Das Viereck ist jetzt, glaube ich, mein Nahkampf angerissen. Ah, man. Nein, ich habe hier den Nahkampf anreaktiert. Nein, ich bin gestorben. Das war das nochmal mit meinem Nahkampfangriff. Na komm, helpt mir, danke. Horde nähert sich. So sollte man es nicht spielen. Was ist denn das da links unten? Neben meinen Granaten und zwischen meinen Nahkampfangriff. Auch irgendeine Fähigkeit. Ja. Er ist Leben und Munition. So. Oh, Kiste, Kiste, Kiste. So. Kiste. Kiste. Oh. Oh, so ist es. Kiste. Woah. Oh, die können alle mal ja hart an denen. Wer ist hier? Komm hoch, Freund. Woah. 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 Garaten! Überallt! Ja! Ja! Ah! Granaten! Überall Granaten! Die Russen kommen! Boah, fuhr! Ah! 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 Woaaah! What the fuck is in here los? Okay Over here Okay Irgendwie ein bisschen woanders als alle anderen Woah Boom Boom Okay Oh 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 Nice! Hunched up! So, so lange so geht die Action hier aber richtig los, muss ich nur sagen. Woa, 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 woa. 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 Wooh! Das war's, ne? Huh? Hoppala! Boah, da muss man sich langsam echt konzentrieren. Wuh! 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 Woah! Wuh! 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 Woa, 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 woa. 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 Zoja. Ik heb geen moe meer. ok komm wow shit so macht Spaß it's much boss it's much boss if you guys if you guys dim dim pita dim dim wow ha in de luft sickerlund Ich bin ja echt wie so der Shotgun-Typ. Der ist Stufe in Aufstieg. Woah. Bam. Oh shit. Wuhu. Lasst ihn in Ruhe. Lasst ihn in Ruhe. Zack. 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 Wuhu. Komm, komm, komm. Yes. Am Arsch. Zack. Boah. Diese Strategie. Benutze das Terrain. Ich geb' Gas, ich geb' Gas, ich geb' Gas, ich geb' Gas. Ich bin ja, ich geb' Gas. Ich bin ja, ich geb' Gas. Uiuiuiui. 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 Zack. Schnupper, schnuppe. Zack. Boom. Boom. Ja, Mann. Boom. Ja, Mann. Boom. Boom. sammelt euch wieder und mann wieviel kommt er noch Zack. Oh shit. Zack. Zack. Haben das überhaupt nichts denn jemals ein Ender hier? Schnell! Mann! Fuck off! Fuck off! Mann! Ahhhhhhhhhh Naja gut Die Mission haben zwar irgendwie hart verkackt Aber ich hoffe trotzdem dass es euch gefallen hat Wenn ja schaltet auch beim nächsten mal wieder ein Wenn es wieder heißt Let's play Alienation Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Haut rein! Ciao!